Ja, das schöne Anfechter ist die Hauptstraße, die einfach zum Rummen einlädt und hier haben auch eine schöne Zeitfabrik. Es ist einfach schön, hier am alten Markt zu sitzen. Du weißt hier einfach offen, schön ist die Sonne scheinen, da kriegt man einfach gute Laune. Wir kommen aus Swissring, es sah hier sehr einladend aus, deswegen haben wir ein Eis geholt und ja, war lecker. Wir kommen öfter aus Berlin zu Besuch und ja, was soll ich sagen, Pech, da ist viel, viel schöner als Berlin. Bis zum nächsten Mal.